Hallo, ich heiße Shalif. Ich bin dieses Jahr zu meiner Heiligen Erstkommunion gegangen. Nun bereite ich mich mit anderen darauf vor, Messinerin in der Heiligen Kreuzballbuch zu werden. Vorbereitet werden wir von zwei großen Messinerinnen und Herr Dudini. In der letzten Probestunde haben wir gehört, wie sich auf einmal zwei Terzen im Adventskratz unterhalten haben. Das war so etwas Besonderes, dass Angie, Johanna und Lionel euch davon berichten wollen. Vier Kerzen brannten am Adventskratz. Es war still, so still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte, ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und flackerte und sagte, ich heiße Glauben. Auch ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die Kerze war aus. Leise und zertraurig meldet sie sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur noch sich selbst und nicht die anderen, die sie lieben sollten. Und mit einem letzten Auflackern war auch dieses Licht erloschen. Da meldet sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte, hab keine Angst. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Ich heiße Hoffnung.